Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, Immanuel. Warum verließen Königen ihre Allung? Warum verfolgten Könige vor einem Kind ihre Krieg? Als man sie fragte, sagten sie... Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Okay, dann lass uns mal über die Hand. Hier, hier, hier! Hier, hier! Hier, hier! Back to the date from yesterday each evening. So that we now can make... No, this evening. Because we created some new groups. We now created some new groups. And we will work with them on Monday. But it's a question if you can set them back to this... No, nothing, nothing for today. It's just a question if you can one day, we can usually set them back to the system up to the date from the same day. Because we need to know in order to know how we should figure out really. Well, let's start for the ride again, for the Großenizers. It's the main committee of the World Youth Day here. Everything organized. The finals, the caricatures, the accumulation. All the World Youth Day events are organized here in Cologne. In this Gedeon Street. That is the main office. And we are going to move, we are going to work in America. Yeah. Yeah, I know. I know. Yeah, we could do it now. We could do it now, but we would have a solution for it. So, for information. I don't know. Hi! Achtung! Jetzt wird es gefilmt. Ja, gell? Gestern war der... Komm mal, hast du nichts anderes zu tun als mit der Kamera noch zu draußen? Ich will jetzt mal eine Mittagspause. Hast du ein neues Spielzeug? Ich hoffe auch, dass ich deine Filme davon kriege, weil ich habe kein einziges Video gemacht. Ich habe ein neues Spielzeug. 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 Wir haben etwas für Motivation. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe ein neues Spielzeug. Wir hatten 6,000 Kurs. 6,000. Das ist das, was ich für den nächsten Monat. Wenn alle die Leute kommen, kommen, aber nicht auf dem letzten Monat. Das war ein bisschen... eine Überraschung. Eine schlechte Überraschung, natürlich, weil du wißt, es ist eine schlechte Situation. Du hast als Volontärer gekommen, aber andere haben es nicht. Monika Störze? Ja? Christoph Simon, das Jugendtagsbüro Köln. Grüß dich. Ich habe eine Frage. Du stehst bei mir in einem Team, das am 4.8. angefangen hatte zu arbeiten, aber du bist noch nicht in Köln, oder? Du hast es anders eingegeben. Du hast dich vertan. Wann kommst... Oh, es hat sich geändert, ja? Und wir sind nicht nur Arbeitnehmer. Wir arbeiten für die Kirche. Das ist sehr wichtig. Wir arbeiten für Christ, und für alle Menschen, die kommen, um zu treffen zu Christen. Wir sind die Image für diese Menschen. Prophäre Namen Ja, Mann Gott … Musik 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 Was sagt die Kölner Polizei? In der Innenstadt ist direkt mit dem Einzelverbot. Autobahnen mit Luftraub gesperrt, Scharfschützen auf den Dächern, bisschen wenige Bürger decken. Da kommen viele Leute in der Feld. Das ist total so. Das ist geil. Ich habe ihn erwischt. 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 Den Mann kenne ich. Ich habe ihn erwischt. 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 Auch noch da. Die Dörte ist ja auch noch da. Gibt es noch eine Frage? Genau, nächste Woche ist das fast alles schon vorbei. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Heute noch, aber später. Jetzt gibt es viele Leute. Gehen Sie ab 10 April, wenn Sie noch Zeit haben. Das ist ein schmaler Swainau und in jedem ist auch Trinkwasser wahrscheinlich und ein logisches Plätzchen. Ja, da sind sie, die haben heute in Bonn das abgeholt und da sind keine 500 Bücher fehlen. 250. Keine Ahnung, wo man die einzeln kriegt. Ruf doch mal einen Stefan an und erzähl ihm das. Glaremin. Glaremin, Stefan. Glaremin. Okay, alles klar, tschau. Also es ist immer so, einmal ein Fall der Sch*** ist, bleib Sch***. Ja. Wenn man euch fragt, dann sagt... Ja. 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 Ja, das stimmt. Ja. Ich bin hier, mit einem Gilimohn, aber ich habe den Augen geholfen. Ich habe den Augen geholfen, weil ich es nicht nur schief. Ich habe einen Augenblick, einen Augenblick, weil man immer ein Augenblick auf dem Weg ist. 20. Jornada Mundial de la Juventud 20. Jornada Mundial de la Juventud 20. Weltjugendtag 2005 Für Deutsch, bitte die 1 drücken Für Englisch, please press 2 Für le Francais, tapez 3 Für Spanisch, marque 4 Für Spanisch, preme 5 Danke für Ihre Patience Ihr werdet mit dem nächsten operativen Operator Hallo, mein Name ist Franziska Was kann ich mit Sie tun? Hallo Ja, das ist eine andere 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 Aber es ist trotzdem so, dass im Prinzip der Pass verloren wurde Ja, dann mussten am besten dann der Pilger und der Kippenleiter wieder zum Neustürungszentrum zurück Und wahrscheinlich nochmal versuchen die Situation zu schütteln Und so kann man das nur lösen Okay, bitte, tschüss! Mein Name ist Franziska, das kann ich für Sie tun. Hallo? Ja, hoffentlich, hoffentlich. Das kann ich für Sie tun. Wo wollen Sie denn genau hin? Also, an welchen Markt denn? Oh, ich bin mal. Ja. 1294 Personen. Jetzt, als responsabili des Gruppen, Eugenio Corzoni. Es ist auch gut, dass Sie mir sprechen, weil vielleicht eine andere Person, die wir in der Zeitung haben, die wir in der Zeitung haben, die wir in der Zeitung haben. Das ist es nicht so, dass er die Ziele war. Das ist es nicht so, dass Sie sich die Ziele war. Das ist es nicht so, dass Sie sich nicht mehr schicken. Das ist es nicht so, dass Sie sich nicht mehr schicken, Sie sehen uns zu tun. Nein, du musst du mal. Wir haben eine gute Idee, die wir haben. Es ist immer so, die Erwartung an uns in Deutschland sind Riesenmosen aller Welt auf die Durchführung des Tages. Musik 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 Er ist einfach zu erheblich. Sie haben ihre Verkaufsdienste, dass sie 3-mal sind, dass sie 3-mal sind. Wir sind hier mit der Verkaufsdienste. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Amen. Amen. Attention, il y a le vélo devant. Il y a le vélo devant. Il y a le vélo devant. Oui, c'est bon. Il y a le vélo devant. Il y a le vélo devant. Il y a le vélo devant. Excellent. Il y a le vélo devant ilè di la Ralph fine. Questa è la nomen in posuit benedicti XVI, Cardinal Ratzenger. Ratzinger 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 Applaus Achtung, präsentiert das wir! Suchmeldung, Augen rechts! Ihre Formation der Bundeswehr zu Ihrer Begrüßung angetreten. Heiliger Vater, Sie kommen zum Weltjugendtag, zu dem noch Ihr Vorgänger, der Unvergessene, Johannes Paul II., die Jugend der Welt eingeladen hatte. Der Weltjugendtag und in der Tat die Begeisterung und der Optimismus der jungen Menschen aus der ganzen Welt hier in der Region sind für mich schon jetzt, Heiliger Vater, ein Zeichen der Hoffnung und der Ermutigung. Vor allem der Ermutigung, dass es möglich ist, eine bessere Welt zu schaffen. Wir sollten nie von dieser Überzeugung aufgeben. Liebe junge Menschen, zum ersten Mal nach meiner Wahl auf den Stuhl Petri stehe ich voll Freude auf dem Boden meines lieben Vaterlandes Deutschland. Hier in Köln und damit zu einem Zeitpunkt, an einem Ort und zu einem Anlass, wo sich junge Menschen aus aller Welt, aus allen Kontinenten treffen, wo die Grenzen zwischen Kontinenten, zwischen Kulturen, zwischen Rassen und Nationen verschwinden, weil wir alle eins sind durch den Stern, der uns erschienen ist, den Stern des Glaubens, Jesus Christus, der uns eint und der uns gemeinsam den Weg zeigt, so dass wir hier alle miteinander eine große Kraft des Friedens über alle Grenzen und Trennungen hinweg sind. Daher sehen wir alle, die hier zugegen sind, so wie auch alle Pilger und die Bewohner des Landes. Gott schütze die Bundesrepublik Deutschland. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And sends those who hear To bring the message to everyone In a voice of me Let us tell the world of his love The greatest love the world has known Search the world for those who have walked astray And lead them home To the world's darkest corner With his life from above Walk every step, every mile, every road And tell the world, tell the world of his love For God so loved the world He gave us his only son Jesus Christ, our Savior His most precious one He has sent us his message of love And sent those who hear To bring the message to everyone In a voice loud and clear Let us tell the world of his love The greatest love the world has known Search the world for those who have walked astray And lead them home To the world's darkest corner Feiern wir Con grande gioia Christo Gesù Adesso E-Sempre Amen Musik 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 Der sole schlägt schon, der sich hier mit uns. Der Seger, der sich immer noch mal der Seger, der sich hier mit uns. Der sole schlägt schon, wenn du dich zwischen uns, der Nacht nicht verhörst. Se larga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà fino a quando ci ungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore e il vero come una fiamma che dove passa brucia così il tuo amore tutto il mondo invaderà Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, il sole scende già Se tu sei fra noi, la notte non verrà Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, il sole scende già L'acqua d'angelo senza nuvole ma che sempre le può dare vita Con te saremo, sorgente d'acqua pura Con te fra noi, il deserto fiorirà Resta qui con noi, il sole scende già 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 Se tu sei fra noi, il sole scende già Se tu sei fra noi, la notte non verrà Das war's. Ich frage mich da! Ich frage mich da! Ich frage mich da! Ich frage mich da! Wenn Du auf mich holzie ist, in meinen H apro is. Ich frage mich E si hOST! Ich frage mich, ich frage mich Woran und in meinem Feuer lol rempli. Hier I am, Lord, is it I, Lord, I have heard you calling in the cross. I am, Lord, I have heard you calling in the cross. I am, Lord, I have heard you calling in the cross.